Jo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Kingdom Hearts, Final Mix, mit Timo und mehr. Und wir haben gerade Riko besiegt, beziehungsweise Max hat Riko besiegt und jetzt sind wir hier und ja, auf geht's, ab ins Schloss. Ja, guck mal ob du irgendwas speichern kannst, das müssen wir machen. Die Bibliothek hört sich gut an. Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Aha. Ein Buch fehlt, ja gut. Da fehlt auch ein Buch. Buch, Buch. Ah. Karma, Bond. Nein, hinten da, genau. Oh, hier sind die fett. Vielleicht in dicke Welt. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Irgendwo muss sein. Ah. Erinnert dich die Szene nicht an etwas? Ja. Das war unsere Traum-Szene da. Was ist denn das? Fres-Bye. Drehen. U Ри. Dunt es ist richtig stehen, bitte, bitte. Nice. Now's kommt raus, ein Elixier schön. Jetzt guck mal nach dem anderen hoch hinten. Ne, hier gibt es keins mehr. Also hier vom Boden nicht mehr. Ja, oben. oben ist ja auch noch ein bisschen bibliothek dreh dich dreh dich im kreis wie ein dünner schließt nochmal das geht es aber glück gehabt mein lieber da ist ein buch links auf dem tisch und darf man ja nimm das mal also grün passt überhaupt nicht okay man kann das nicht holen da kannst du übrigens speicher auf dem allerdings ist ein buch ja jetzt speicher erst mal das ist immer gut da oben drauf mit geht auch so geht nicht so triothek wechsel geht somit größerste abladen bist du blind mann 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 also wirklich so jetzt holt das ding da und da 1 2 3 4 5 6 schön war auch für die magie hier asas holst du wieder das biest wie ist das boss der hat halt den beast mode am start redig rolle dreh dich dreh dich schnell euer ernst nach team oder sowohl das funktioniert ein schalter ich drück mal okay ich mach die anderen auch noch das kann man auch nicht unten vielleicht dieses diese erste reihe da noch denke ich mal einfach ja geht okay perfekt das ist das und dafür aber zwei so hier hier einmal noch eins rein genau das ist mit diesen büchern und kommt immer mehr die fehlen aber es ist ja gut denn die wir das doch als so ein bisschen so ein rätsel und eingebaut wird so von jedem bisschen ich sag's dir der bibliotheker wird einfach ganz schlecht hallo wenn das andere buch ist da drin wo man drehen musste erst mal das buch einfügen hier gut perfekt oder gibt's auf und bettentasse mein gott noch hey was ist denn falsch wer hat die bücher so scheiße einsortiert ich sag einfach der bibliotheker wurde einfach ganz schlecht bezahlt ne hübsch oh eine truhe und was macht da ein rohr in der bibliothek kann mir das einer sagen ultima gummi ist das für ultima ich denke nicht jetzt hier rein mit dir rein mit dir du hast verkackt war richtige reihenfolge muss schon sein warum es davor ging keine ahnung es war einfach so ein trick die wollten uns dazu bringen dass wir es falsch rein tun mhm und dann kriegt das lieber eine buch so toll wow wunderschön so ich hoffe wir sind jetzt fertig ho 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 sind nicht zu früh sind wir also die Tür wurde auf jeden Fall schon längst entriegelt ok bevor du durchgehst probieren nochmal das ding zu drehen dreh dich schnitzel komm schon ich trüh es einfach weiz ja nice mega porten mhm nicht schlecht ok wo müssen wir jetzt hin drüben was soll da sein aaa ich werde mit dir jetzt dein Martina drehen mhm erstmal gar nichts mhm x drücken bringt nix m aufzug einfach 100 mal drehen und irgendwann kommt es nicht und zwar nicht jetzt ich kenne es den ganzen tag machen ganze folge lang leck mich doch am arsch was ist das jetzt komm ich musste mal glück haben ruhe endlich nein aber tätigen kriegt man da nicht ein punkt ja nice na gut wo kommen wir jetzt dahin lichtschacht und wo kommen wir in der übel bei der Tür die entriegelt wird oh du hast eine tour vergessen der scheiß auf die tour man sei es doch durch können jetzt mal ernsthaft die andere tür wurde ja aber das ist eine abkürzung denke ich mal beklagt sich über abkürzungen ok ob das wirklich eine abkürzung ist ich werde es eine abkürzung also diese energie oder magie mit der das alles betrieben ist wird ja verwundert mich ein bisschen bra immer andersrum das ist das ist jetzt hallo ne da auch nicht scheiße gelaufen war kürzungen arsch da sind wir kommen ja auch nächste abkürzung am arsch wetten die tür führt da irgendwie rein wo man das ausschalten kann oder so oder wir gehen jetzt hier so einmal rum verstehe ich ja ich denke nicht so rum schade schade ein versuch war es ja wert komm doch das ist ewig ja und wer ist schuld du guck mal komm ich auch nicht wo was ist denn da jetzt hier nix einfach eine kaputte wand guck mal auf den boden nix ja sicher da ich geh nochmal rein mir auf Facebook du weißt ja guck mal hier nix 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 ja hätte sein können dass da eine triothek ist hätte sein können dass da eine triothek ist nix 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 hält sich jetzt nicht gedacht dass die kerze aus ist man nix 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 heides da untersuchen können glaube ich Aber nur glaube ich. Nein, ich denke, ich muss alle anmachen. Feuer! Feuer in der Halle! Und was kannst du da nur untersuchen oder ansprechen? Feuer in der Halle! Okay, das ist... Das ist ein Zeichen da. Irgendwas ist da jetzt passiert. Kann ich das gut machen? Ja, kann ich. Wow. Was ist da? Das kannst du untersuchen, was ist das? Nicht untersuchen, oba. Hui. Da kam irgendwann so raus. Da kommt Zeichen raus, kann ich sein. Mach das bei dem anderen auch mal. Warte, hier ist noch eins. Was macht das hier? Warte, ey. Hier! Ich bin G. Wer ist noch eins? Komm, bei den anderen noch. Ich glaube, das muss man wegschieben. Nicht schlecht, der Spich. Eine Truhe. Eine Truhe. Und was macht der Wildschweinkopf? Rot können wir noch nicht, oder? Doch, das können wir schon von Anfang. Ah, stimmt. Das kann man da. Ich geh zurück zur Bibliothek. Hol Goofy. Und dann lösen wir das Rätsel. Das ist auch schon. Nicht nur kämpfen, nicht nur Herzlose, nicht nur Scheiß drauf, sondern auch mal so kleine Mini-Rätsel. Ja, das ist sehr, sehr nice gemacht. Und bei diesem kleinen Mini-Rätsel verzweifeln wir nicht, sondern das können wir gut. Okay, jetzt laufen sie wieder dagegen. Noch ein Zeichen. Ich glaube, die bilden das Emblem, kann das sein? Ja, die bilden das Emblem, mein guter. Jetzt hol die mal alle. Okay, eins. Eins. Dann geh mal runter. Genau. Ach, sind wir wieder am Anfang? Emblemspieler da. Ja, wir sind wieder am Anfang. Emblemspieler da. Jetzt holst du die Truhe auf der anderen Seite. Truhe auf der anderen Seite, ja. Gut. Noch eins. Die Emblemspieler zusammen bilden hier das Zeichen der Herzlose. Dann sollten wir das vielleicht noch nicht zusammensetzen. Komm, wenn wir nicht rein. Ja, tada. Ja, okay. Die Tür. Noch eine Tür. Zu viel Türen. Eins. Und. Zack. Sieht nice aus. Sieht doch perfektes Tattoo für dich. Auf der Arschbacke. Musik verschwunden. Was passiert jetzt? W-W-Why? durch die Tür zu der Dunkelheit. Es hat keine Terror für dich. Plunge deeper in die Dunkelheit, und dein Herz wird noch stärker werden. Was soll ich machen? Es ist wirklich sehr einfach. Eröffnete dich in die Dunkelheit. Das ist alles. Lass dein Herz, dein Gehirn, werden die Dunkelheit selbst. Äh, äh, Schild. Oder was kaputt geht natürlich auch. Du musst nicht immer wegrennen bekämpfen. Doch. Was macht das hier? Nach oben. Okay. Gehe ich da weiter? Mach einfach. Eingangsportal. Oh nein, 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 nein. Bei denen fliege noch ein Ding runter. Ja, du musst nach oben, oder? Das ist nach unten. Probier mal nach oben. Alter, was sind das für Dinos, Alter? Wie lieb ich die sagen? Oha, schon. Die sehen schon fast zu realistisch aus, so. Also, vom Design her. Weil die anderen, die sahen ja eher so nach wirklich Dunkelheit aus. Und die sind schon ein bisschen so, als hätten sie einen eigenen Körper, ne? Läuft. Die sind cool designt. Was müssen wir jetzt tun? Ich frage mich. Okay. Ah, das begibt es jetzt so. Hm. Jetzt geht's nach oben. Wo sind wir jetzt gelangt? Hui. Oh. Ohoho. Na ja. Wie ist es aus? Ich wette mit dir. Ich wette mit dir, wenn ich sobald ich drauf sitze, komme ins Herzlose. Da ist das ein Problem wieder. Na. Halb kaputt. Na ja. Halb Maschine. Halb. Halb. Äh. Gewebe? Gewebe. Äh. Ja. Ich hab's. Oh nein. Mini Donalds. Was echt? Wo sehen sie aus? Ja. Nicht Mini Donalds. Böse Donalds. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Mini Donalds. Was echt? Wo sehen sie aus? Nicht Mini Donalds. Böse Donalds. Also das komplette Schloss ist irgendwie zweigeteilt, ne? Ja. Guck's hier. Alles aus Stein etc. Und da drüben vier 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 aus mechanischen Sachen gebaut. Ja. Interessant. 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 Schau was mit das. Mit das mit das. Mit das. Ja. Und auf merkwürdige Art und Weise werden wir teleportiert. Oh. Triotec. Oh nice. Gib mir. Sehr sehr geil. Oh gut. Das musst du jetzt eigentlich nicht aufsammeln. Ich mein, du hast ja genug. Du hast zwei volle Leisten. Blitzgargummi. Wenn ich mein Geld bekommen würde für einen Blitzgargummi, das wir bekommen, wäre jetzt reich. Ja. Liffschacht. Schwer der Liffschacht. Geh mal der Liffschacht. Geht's hier weiter? Ne. Jetzt müssen wir Liffschacht nehmen. Okay. Ja. Vielleicht geht's ja jetzt. Ja, wir gehen nach oben. Schön. Schön. Außenwand. Eine Clue. Was stand da? Auricalkon. Nice. Willst du da nicht durch? Da kam mir doch grad her. Ja. Uiuiuiuiuiui. Ich glaub wir sind am richtigen Ort. Ja. Je mehr die herzlosen werden, desto wärmer wir jetzt. Und ich denk dich mal, mach doch Blitz. macht den bösen donald noch weg böser donald böser donald das mache ich ja jetzt kann mich das ist uncool dass die so viel aushalten und auch noch so viele sind warum ist donald schon wieder tot alle im zweiten teil auch so useless da wurde ein bisschen ausbalanciert ok verschieben blöcke jetzt haben wir von da kamen gefunden da nein du kannst nicht von doch nee nee ich kann nicht man ja dann gehe einfach weiter scheiß auf diesen verlierst du erleben und alles brauchen gar nicht nur ok die muss jetzt besiegen naja aber wenigstens halten die jetzt nicht was macht nase weiß stimmig heilen das wäre es jetzt wenn wir einfach nur da ist und nicht zu naja schau mal einfach irgendwie macht die was glaubt nur dass mehr droppt ich glaube die tut echt nur dass mehr droppt ich sehe jetzt auch keine leiste dass ihre mp weg geht oder so irgendwie ist das ich kann verschaffen oder kannst du fliegen nein ich bin nicht gleich ok komisch dann weiß ich nicht was die wahrscheinlich dass du einfach mehr droppt also wir werden nicht noch mal aus außer wir fahren aber das werden wir nicht tun jedenfalls nicht im netz nein ja tschüss tschüss jetzt macht schnell äh los können wir irgendwie in die truhe nee oder schade jetzt können wir hier hoch haben wir schon eine treppe gebaut toll das war wohl nix das war nix mein freund bringt es einfach um anvisieren und blitz oder so außer das ist natürlich so auf dem boden da kann sie so verklappen wenn ja guck mal nach was es ist ja ob wir vielleicht was ausrüsten können nö ein mächtiger abschluss kommt wofür stehen sie für einen angriffskraft das relativ zu maximalen mp wert ok schön 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 brauche ich nicht vor allem haben wir einfach keine Punkte mehr dann ui jump and run vom feinsten puzzle oh nein 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 ja natürlich ah sei froh dass es macht jetzt einfach blitz nochmal wie die magie sind sie tot oder sind sie nein das ist nicht so siehste deswegen noch mehr dann siehste ja wenigstens hast du jetzt wieder so mal nach zurück tschüss 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 drei leute ich brauche sowieso keiner beinere elixier so sind wir jetzt fertig hoffentlich nein oh god wir müssen jetzt nicht verfickten weg jetzt nochmal runter laufen nö ja doch ich habe jetzt nur das ding wir müssen jetzt im licht schaffen müssen zwischen bibliothek ding ist es nicht einfach unter springen weitmals funktioniert nicht so einfach wenn ich hier unten es ist komplett unten nein wir sind richtig glaube er weiter bist du sicher ja okay traust du nicht meine urteilskraft nein nicht mehr du wirst halt auch alt sagt der typ der ein jahr älter ist als ich ja ich meine du bist ihm und es sagt schon alles dass man dir nicht trauen kann hashtag diamo die immer das geschrieben hat ich hasse dich witzig und jetzt ich lege jetzt weg und ich werfen was du jetzt staunst ok mal gucken ob wir da irgendetwas machen können scheiß wieso ist denn das so langsam weil es ja langsam ist das ist wohl eine lift folge pass auf pass auf pass auf jetzt ausgelacht wenn es wieder nach links gegangen wäre das macht mich aggressiv wirklich tja sind wir da hoffentlich was ja müssen wir da irgendwas ausschalten geh mal da einfach weiter durch vielleicht kann ich kann hinten raus da ist die tür schade warum geht das nicht wieso schwebt das ding da ich verstehe es nicht überhaupt nicht was müssen wir hier machen das reinste labyrinth das ist ja unglaublich irgendwas ist hier falsch es ist ja alles richtig ja irgendwas haben wir aber vergessen ich will da hoch nochmal ich will da hoch nochmal weil ich glaube ich wüsste was das problem ist ja vielleicht ich bin mir nicht sicher aber ich kann es auch rausfinden versuchen jetzt müssen wir den ganzen weg hochlaufen jetzt in der hinsicht ich nicht du ja siegste lauf einfach mit dem sie mir noch überhaupt nicht gefahren weiß ich nicht vielleicht müssen wir da lang nein 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 wir sollten Schiller dran geben hier Sackgasse ach dann wäre es doch langweilig weiter ja ey hau mich noch einmal und ich hau dich zurück Eingangsportal ey vielleicht muss man mit den Dinger fahren die wir da aktiviert haben weißt du ah wieder drauf zuerst müssen die gegner weg sonst die stoßen mich weg dann fühlt sie okay hast es zeit auf los hast du ein glück ich glaube da musst du genau das war jetzt wirklich glück des todes vielleicht die truhe aufmachen ich kann man nicht wenn ich im kampf bin mach einfach es dann so naja das war wohl nichts außer truhen hast gar okay da waren wir halt am anfang da kannst du jetzt rüber gleiten würde ich sagen die frage sind wirklich wo zum teufel müssten wir bin ich glaube dieses herz so sie sind wohl dass wir da ganz oben gesehen haben aber das machen wir in der nächsten folge also sonst tut mir nichts jahre ich habe sein mein gewinner dass wir jetzt speichern irgendwo ja wieder in der bibliothek naja leute wenn es euch gefallen hat diese kleine aufzug puzzle folge dann gebt dem video so einen daumen nach oben und schreibt einen kommentar wir würden uns freuen wenn ihr das nächste mal wieder einschaltet und tschüss bei